ich kann mal hoch wieso zieht mir mir so viel Leben ab so jetzt muss ich erstmal hier im Busch wurden ach ja nein ich hab mich getroffen, die Dommalote hallo, hallo, hallo mach doch ein bisschen schaden, Alter also der Flood ist gerade mal so in den Jungle rein wieso auch immer wahrscheinlich will ich hier unten denken oh ja, der ist schon wieder oben äh, aber ist halt gebootet ich gehe so schnell, ich kann mich Alter oh, da kommt die Nase aus wenn du zumittig, wenn du zumittig, komm mir entgegen ich würde ja reinspringen du bist tot oh, das war der Nase geiler Scheiß das mag wohl sein und für das da dann hol ich mir das muss jetzt Terminiert Alter, komm schon das ist nicht euer Ernst ich brauchte nur 860, aber ich bleib nur ein bisschen länger von daher wie ist der eigentlich schon in Level 10 ist das eine Ruhe? ja, natürlich stopp, der Nase ist nicht in Ruhe lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich in Ruhe ich werde leben und nicht jetzt alle zwei ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe gerade ganz schön auf die Fresse bekommen was war über Jahrhunderte das war mir klar das war mir klar es waren 3 gegen 2ifall dafür waren sie alle echt low das macht die dumme Hohen das macht die dumme Hohen ich übersteuere schon wieder das ist das nicht gut nicht professionell wo ist denn der ich sehe nichts oder Nader wollen wir den Typen mal hinterher rennen ist zu schnell ich will den Assist wie du siehst mit dem meinst du so ja ist mir doch egal ich brauch das Zeug nicht der hat hinterher geflasht wer flasht denn heutzutage nein die hat hinterher geghostet die hat ghost weißt du doch und die 50 Euro für das Spiel kriege ich nie wieder Welche 50 Euro für ghost Junge Mann Nein! Habe ich irgendwie ... äh ... bei Akaniu was verändet? Oh 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 oh! No! Ich bin doch nicht schneller! Den Scheiß Dreck hat er. Alter, hat die Turscher Lack gehabt gerade, Alter. Also ich bringe jetzt gleich was mit. Wieso ist der so schnell? Weil er es kann. Und er ultet noch. Meins. Wohin dir, wohin dir. Kann ich nicht mehr, ich hab keinen Flash. Nächste Minion Wave, komm schon. Nächste Minion Wave. Ich komme! Komm in Busch, komm in Busch. Also ich kann ulten, so sieht es nicht aus. Ah, save me! Der hat noch der Arrow. Waren bald zwar ein bisschen später, aber egal. Welcher denn? Garantiert der von Lulu. Hat ja auch ne Global Ulti, ne? Oh. Ich muss mal kurz back. Du brauchst auch nicht mehr back. Jetzt bin ich schon da. Ich muss was kaufen. Hm, das Ding brauch ich auch noch. Ich gehe so schnell. Ich kriegst das allein hin. Nein, das sind nur ein paar Minions, weißt du. Die kennen nicht gerade. Oh, die OP-Minions sind am Start. Ah, ne. Oh, Alter, ich muss mal mein Ding werden. Alter, sind das wie farb. Alter, das ist wie farb. Alter, das ist wie farb. Mein Farb. Okay. Diese TP von der Ash. Ja, wie soll die eigentlich TP mit? Oh. Oh, komm, da war ich nicht gegen, oder was? Nein. Ne, Lulu hat gerade die Hobbys hier. Ja, ich komme mal. Ein Verbündeter wurde getötet. Das war klar. Alter, wir hatten mir da gerade eine Ulti- Hallo Amomo, hallo Amomo. Nein, lass mich in Ruhe. Leute, Moin. Was? Boah, Alter, wieso bin ich denn so geslowed? Danke für das Flay-U-Klüsse. Ich hab probiert am Laufen. Ich hab geschaut. Boah, scheiß Amo-Fly. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich! Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Ich komm da nicht weg. Amomo ist schon ganz gut hängen für die Minute, ha? Hat sich Glück von Schoß gesehen, wie Vladimir und sein Ghost kehrt? Ich komm, Herr. Ich schau bei Herrn Straß nur durch den Zustien. Ja, Entschuldigung. Ich stehe da vorher dazu jetzt. Da, da, da. Wieso ist dieser Scheiß-Name von dem Vladimir so passend? Wieso ist dieser Scheiß? Wieso ist dieser Scheiß? Was Pandemonium ist, weißt du, oder? Alter. Es ist Freitag. Kauf dir mal ein bisschen Google, weißt du? Ach, Mann, wenn ich Google will, geh ich einfach auf so einen Monitor, du Affe. Na, dann Google mal, was Pandemonium ist. Ich fühl's voll zu. Oh, gut ausgewiesen. Lass... Lass den in Ruhe. Nee, Alter, macht mir ein bisschen Schaden, oder was? Hier ist echt interessant, wie keiner followt. Ja, sicher, was macht mir ein bisschen Schaden? NEIN! Ja, sicher, Alter. Ich bin von uns jetzt einfach gefordert hier, ey. Warum fokust dir auch den Namen Mumu, Alter, ey? Wollt ihr mich nicht verarschen? Ich hab den doch gar nicht gefokust. Ich war auf den E-Fix hier. Nee, was glaub ich nicht. Kannst du dich erzählen? Ich hab jetzt gleich keinen Code unterdessen. Ja, das hab ich erst fünf Minuten später gemacht. So, was ist denn los? Ja, aber nicht. Kannst du dich null darstellen... Aber nicht. Ja, wir sind jetzt mal los. Ich hab' ihn getrennt. Schalalalala. Lalalalala. Lalalalalalala. Heym. Ash, verpiss dich. Verpiss dich, Ash. Verpiss dich Ash. Verpiss dich Ash! Verpiss dich Ash. Verpiss dich Ash... Just noch Ash, das ist ein Vladimir. Der ist viel zu stark für dich, Junge. Ja, ich zeröffne nur gerade. Alter, will ich mich verarschen. Teamwork! Okay, der G ist mittler. Und der macht ein bisschen schade. Ganz glänzlich. Nein! No! Schalalalalalum. Renn runter. Ich habe gerade noch Mo geschrieben und dann passiert sowas wieder. Äh, ich glaube, ich laufe aber ein Stück weiter hinten rein. Jetzt bin ich wieder Futter. Ich bin defensiv aus dem Gas. Ich muss eigentlich was in der Situation. Oh, du bist da. Gut, ich komme mal mit. Kommt jetzt noch was. Kommt, glaube ich, gleich in der Asus. Ich bin nutzlos und ich einfach nur. Ich weiß, hier hat nur ein Kind. Äh, äh. Was, ja. Ohhhh. Ich halte ab. Jetzt hat mein Lux noch okay, Alter. Ohhhh. Ähm. Jetzt lass ich mal rein rein, dann lass mal weiter. Schätz mal, wie viele Leute wir brauchen. Wahnsinnig von uns. Echt? Alter. Leel, Alter. Was bringt die davon nach? Was bringt die davon nach? Gott, ich hab meine Sackhaare. Wer hat so viele Sackhaare? Die einfach alle rumstehen und versuchen, den Ammo wegzauern. Mir ist klar, dass deine Wölfe sterben würdest. Das... Das ist mir erstmal nebensächlich gewesen. Mir war es erstmal wichtig überhaupt, dass wir da im Team jetzt was gemacht haben, so an die Hand. Alter. Alter. Was ist los, Junge? The downkill. My Lolo. Schließlich. It's my Lolo. Pass auf, die KS noch. So. 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 Mit O. So.